Richtig cool am Freestyle Libre 3 Messsystem ist, dass ich so viele Informationen über meine Zuckerwerte bekomme. Der Sensor ist total klein und diskret und er sendet meine Zuckerwerte direkt an mein Lesegerät und zwar minütlich. Das bedeutet, dass ich schneller handeln kann und bereit bin unter Zuckerungen zu reduzieren. Ich habe meinen aktuellen Zuckerwert, den Glucose Trendpfeil und die kontinuierliche 12 Stunden Glucosekurve direkt auf meinem Startbildschirm im Blick. Schauen wir uns die Glucoseinformationen auf dem Startbildschirm genauer an. Das ist der aktuelle Zuckerwert. Er wird jede Minute gemessen und an das Lesegerät geschickt. Der Trendpfeil zeigt die Richtung an, in die sich der Zuckerwert entwickelt. Er sagt Ihnen, ob Ihr Zuckerwert stabil ist, langsam ansteigt, rasch ansteigt, langsam fällt oder rasch fällt. In der Mitte des Startbildschirms befindet sich Ihre 12-Stunden-Glucosekurve zusammen mit Ihrem Glucose-Zielbereich. Sie können Notizen hinzufügen, indem Sie hier auf das Stiftsymbol tippen. Hier können Sie Notizen zu Aktivitäten wie Insulin, Mahlzeiten oder Sport ergänzen. Diese Informationen können helfen zu verstehen, welchen Einfluss diese Aktivitäten auf Ihren Zuckerwert haben können. Das Freestyle Libre 3 Lesegerät bietet auch detaillierte Glucoseberichte, die Ihnen und Ihrem Diabetes-Team helfen, Trends und Muster zu erkennen, damit Sie ein besseres Verständnis für Ihr Diabetes-Management bekommen. Um vom Startbildschirm aus auf diese Berichte zuzugreifen, tippen Sie auf Verlaufanzeigen. Das Freestyle Libre 3 Lesegerät kann Informationen bis zu 90 Tage speichern und enthält detaillierte Glucoseberichte wie Protokoll, Tagesdiagramm, Glucosedurchschnitt, Tagesmuster, Zeit im Zielbereich und Sensorverwendung. Schauen wir uns den Bericht Zeit im Zielbereich an. Er enthält ein Diagramm, das den Prozentsatz der Zeit anzeigt, in der Ihre Sensor-Glucose-Messwerte über, unter oder innerhalb bestimmter Glucosebereiche lagen. Dieses benutzerdefinierte Diagramm basiert auf den von Ihnen festgelegten Bereichen und das Standarddiagramm im Zielbereich von 70 bis 180 Milligramm pro Deziliter. Laut einer internationalen Expertengruppe sollten Ihre Werte mindestens 70% der Zeit zwischen 70 und 180 Milligramm pro Deziliter liegen. Jetzt sehen wir uns den Bericht durchschnittlicher Glucosewert an. Dieser zeigt Ihren Zuckerwert nach Tageszeit für die letzten 7, 14, 30 oder 90 Tage an. Ihren durchschnittlichen Zuckerwert nach Tageszeit auszuwerten, kann helfen, Glucose-Muster und Trends zu erkennen. Ein durchschnittlich hoher Zuckerwert am Vormittag kann beispielsweise zu einem Gespräch mit Ihrem Diabetes-Team über die passende Insulindosierung zum Frühstück führen. Oder ein durchschnittlich niedriger Zuckerwert am Nachmittag kann darauf hindeuten, dass eine Zwischenmahlzeit nötig ist. Mit dem Freestyle Libre 3 Messsystem sind Ihre Berichte einfach über das Lesegerät abrufbar und können Ihnen wertvolle Einblicke geben, die Ihnen beim täglichen Umgang mit Ihrem Diabetes helfen. Und Sie können sich darauf verlassen, dass Sie ein Gesamtbild Ihrer Werte erhalten. Denn Ihre Berichte werden direkt aus Ihren übertragenen Zuckerwerten erstellt. Erfahren Sie im nächsten Video, wie Sie Alarme mit dem Freestyle Libre 3 Lesegerät einrichten.